Alles wieder super, könnte man meinen, wenn man auf den Chart guckt. Die Märkte gehen wieder nach oben. Der Dow Jones beispielsweise hat sich wunderbar im Umfeld der 32.000 gefangen. Das war ja eine mögliche, eine gewisse Unterstützungsecke, wo es sehr natürlich zumindest mal gewesen wäre, wenn der Kurs hingeht. Und da hat der Markt gesagt, machen wir das halt schnell und gut ist. So, der Markt hat es getan und seitdem ist er unterwegs nach oben. Kann man das schon als ein richtig starkes bullisches Zeichen sehen? Geht so. Im großen Bild ist das noch nicht entschieden, denn das große Bild würde, solange der Markt hier in diesem Trendkanal bleibt, ja immer auch noch notfalls eine Fortsetzung hier ganz typisch aussehen lassen. Das eigentliche Ende der Korrektur eine relativ relevante Bestätigung wäre, wenn der Kurs sich auf diesem Weg nach oben hier durch die letzten Zwischenhochs, den Trendkanal verlässt, ist schon mal ein kleines Indiz. Aus aktueller Sicht sind das so Kurse um die 34.100, 200 so aktuell, aber das nimmt jeden Tag ein bisschen ab. Die nächste Marke in diesem Sinne, die wäre dann das Hoch, was wir hatten am 14. Februar bei in etwa beim Future gesehen jetzt 34.500, 600, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist noch ein gutes Stück hin. Allerdings, wenn er diese Marke tatsächlich durchstößt, wäre es alles andere als untypisch, dass der Markt sogar sowas hier macht und das wäre doch sogar ein neues Allzeithoch. Na gut, wollen wir mal schwärmen? Schwärmen ist immer erlaubt, das ist kein Problem. Doch wie realistisch ist es aus aktueller Sicht? Was der Kurs uns im kurzen Bild zeigt, sehen wir hier in einem 4-Stunden-5-Minuten-Chart, den wollte ich euch zeigen. Man sieht es im 4-Stunden-Chart auch grob, aber nicht ganz so deutlich. Hier ist das Tief, das Angesprochene, was wir hatten und anschließend waren wir in dieser 5-welligen Aufwärtsbewegung unterwegs. Danach kam die Korrektur. Ihr seht, dass es hier durchaus Gegenbewegungen gab, die sich habe immer wieder überschnitten haben. Das heißt, das Ganze ist korrektiv. Das letzte Tief war hier, das vorletzte Tief war da. Naja, man müsste eigentlich noch treffen können, aber ihr wisst, was ich meine. Das Hoch dazwischen ist klassischerweise ein möglicher Einstiegspunkt. Einstiegspunkt, das ist im Prinzip das Gleiche, was wir hier im Großen, ich gehe nochmal einmal aufs große Bild, was wir hier gesprochen haben. Schub hoch, wackele ich runter, letzte Tief hier, vorletzte Tief da, das Hoch dazwischen. Also das vorletzte war hier. Wer sich jetzt wundert, aber da war doch auch eins. Ja, aber das ist auf, naja, in der Gegenbewegung, in der Aufwärtsbewegung hier gegeben. Also insofern ist das sicherlich dann noch nicht so sehr aussagekräftig. So, aber wir bleiben im 5-Minuten-Chart. Die meisten von euch interessieren sich ja auch, wie geht es denn jetzt direkt weiter? Muss ich jetzt wirklich noch so lange warten? Und die Mindesterwartung, die klassische Mindesterwartung, nicht immer werden alle Erwartungen erfüllt, aber die klassische Mindesterwartung wäre eigentlich, dass wir irgendwo hier hochgehen. Das heißt, das Bild, was wir da haben, hier hinten nochmal fortsetzen. Und wer es nicht erkennen kann, dann sind wir ungefähr bei 32.800, wenn dem so wäre. Und hätten immerhin so diese letzten Zwischenhochs hier rausgenommen. Auf kleinerer Ebene seht ihr hier so diese Tiefs beispielsweise. Und das wäre immerhin ein ganz gutes Zeichen, dass der Kurs, wenn er diese Marke tatsächlich erreicht, er auch hier weitere Zwischenhochs in der Abwärtsbewegung durchstößt. Also im Moment Türchen nach oben aufmacht. Für den Dow Jones sehe ich also aktuell die bullische Seite einfach als die bessere. Argwöhnisch würde ich werden, wenn wir das letzte Tief hier, das war das Tief, was wir am heutigen frühen Morgen hatten. 7.15 Uhr in etwa. Aber wenn er da durchgeht, dann wie soll man das erklären? Das wäre das Wunschszenario und dann dreht er nochmal hier drunter? Doch nicht dein Ernst. Dann wäre das auch wieder eine dreiwellige Bewegung. Das sind Korrektivmuster, wäre die falsche Richtung. Das würde für die Abwärtsrichtung sprechen. Das heißt, solange der Kurs vorläufig mal oberhalb dieser Tiefmarke hier von heute früh ist, wer es nicht genau verorten kann, ziemlich genau 32.000, naja 30, ein bisschen höher war es als das, also irgendwo da in der Ecke. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, sieht es gar nicht so schlecht aus auf der bullischen Seite. Jetzt also dann einsteigen jetzt hier an der Stelle. Ihr wisst, ich mag immer gerne nochmal einen Rücksetzer sehen, so ähnlich wie das, was wir hier hatten und danach hier den Rücksetzer und dann einsteigen. Wenn wir wenigstens hier irgendwie Rücksetzer mal haben, also etwas, was möglichst korrektiv aussieht, hätte ich viel mehr Selbstvertrauen bzw. Vertrauen in den Markt, dann einzusteigen, weil ich dann sehen würde, nee, 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 die Abwärtsseite ist schwach und wenn dann die letzten Zwischenhochs getriggert werden, wären das gute Einstiegsmöglichkeiten. Aktuell allerdings, muss ich sagen, fühle ich die Long-Seite attraktiver. Ich habe euch ungefähr aufgezeigt, an welchen Stellen das nicht mehr der Fall sein sollte, zumindest mal beim Dow Jones. Für die ganz kurzfristigen am Nachmittag, was mich ein bisschen skeptisch machen würde, wäre wenn, das ist keine Ankündigung, aber wenn der Kurs irgendwie sowas macht, dann hätte ich die letzte Bewegung stark, die andere Bewegung schwach. Was ist der Plan? Also ihr seht, dieses Verhaltensmuster würde mich skeptisch machen, wenn wir das hätten. Ihr wisst, das ist wieder ein typisches Short-Szenario. Und wenn ich eh erwarten würde, dass diese Fortsetzung hier nochmal runter geht und dann vielleicht sogar unterhalb dieses Tiefs hier geht, dann kann ich hier oben schon erkennen, oh, das wird eng. Das kann sein, dass das ein echter Angriff auf diese Tiefmarke ist. Dann kann ich hier oben schon überlegen, ob ich vielleicht die ersten Shorts eingehen möchte. Aber das ist natürlich noch zu früh für den aktuellen Zeitpunkt. Nur, dass ihr nicht zu bullengläubig seid, sondern immer sagt, naja, wenn es so aussieht, dann werde ich besonders aufmerksam und offen, gegebenenfalls, und wenn es nur kurzzeitig ist, die Short-Seite eben nochmal mit ins Kalkül zu ziehen. Wie gesagt, das ist keine Ankündigung, dass das passiert. Das sehe ich jetzt so auch nicht, aber ich sehe zumindest die Chance, dass das passiert. Und deshalb, wenn ich es erkenne, vorher mache ich jetzt nichts hier auf die Short-Seite, um mein Willen, aber wenn ich es erkenne, dann bin ich nicht überrascht und sage, oh Gott, oh Gott, jetzt stehe ich wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern ich bereite mich entsprechend für zumindest temporäre Shorts nochmal vor. Wie sieht es beim S&P 500 aus? Naja, das Grobbild bei den Amerikanern ist mehr oder weniger das gleiche. Hier war es ein bisschen fraglich wegen der Überschneidung, deshalb hatte ich gesagt, naja, wenn ihr die Wahl habt, ich würde persönlich den Dow Jones eher bevorzugen. Grundsätzlich haben wir aber hier eine sehr, sehr ähnliche Ausprägung. Wir hatten heute Mittag mal ein bisschen hier eine Wackelei, aber das ist jetzt auch schon durch thematisch. Also insofern aktuell die Aufwärtsbewegung, aber ihr seht schon, wir kommen immer dichter an dieser 1 zu 1 Relation und dann wird wieder neu gewürfelt, ob die Marktteilnehmer den Ball in der Luft halten oder ob sie sagen, naja, damit ist diese Korrektur rum und dann drehen wir nach unten. Also für den S&P 500 sehe ich eine relativ realistische Chance, dass wir irgendwo in der Nähe für 3.980, das sind so die Zwischenhochs, die wir hier aus den letzten Tagen hatten, am 10. Nachmittags, am 13. Morgens so in der Richtung, also das werdet ihr im Chart schon finden, das wäre auch mit dem Trendkanal so einigermaßen. Also das ist jetzt nicht, dass das Beton hart ist und da geht der Kurs nicht durch, sondern das ist eine, wie wir sagen, Entscheidungszone. Und viele glauben immer, wir Charttechniker wissen schon oder behaupten zu wissen, was da passiert. Nein, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß aber, dass hier viele Marktteilnehmer mit Sicherheit drauf gucken werden, viele Handelssysteme dieses Szenario genau im Blick haben und dann wird man entscheiden können, ob der Kurs weiter nach oben geht, das ist ein bullisches Zeichen, Korrekturen kaufen, oder ob der Kurs sogar abprallt, wenn es korrektiv ist, auch wieder kaufen im Nachgang, oder ob der Kurs, wie ich das eben beim Dow Jones als eine Möglichkeit eingezeichnet habe, einen Schub nach unten macht und korrektiv nach oben kommt, dann sage ich mir, danke für die long Idee, ab jetzt wird wieder auf Short gezielt, wenn wir diese Zwischentiefs haben. Also, ihr seht das, beim S&P behaltet diese Marke im Blick, 3.980 in etwa, auf den Future, wie gesagt, gerechnet, S&P 500. Natürlich hat das einen gewissen Einfluss auch auf den Dow, allerdings wie das Verhaltensmuster da aussehen muss, habe ich euch eben erklärt. Beim Nasdaq sieht das natürlich im Wesentlichen sehr ähnlich aus, auch hier so diese Korrektur, dieser Anstieg, den wir hier haben, hat noch so ein bisschen Platz, je nachdem, wo wir ihn jetzt hier exakt verorten, aber ein bisschen Platz wäre noch 12.400, wäre da so eine Marke. Und wenn ich hier jetzt mal rüberschiele das Hoch, was wir hatten, wann ist das im 4-Stunden-Chart? Hier 12.488, wir hatten hier noch eine Zwischen-, gewisse Zwischenhochs. Vorsichtig, das sieht auf den ersten Blick, oh, klasse Schub und Korrektur aus, aber dadurch, der tiefer ist, gehört alles bis zu diesem Punkt, das ist das Tief, was wir hatten am 13. Mittags, ca. 11.800, gehört alles noch zur Abwärtsbewegung. Trotz alledem, das sind Möglichkeiten, wo Marktteilnehmer sagen, gucken wir mal, also ähnlich wieder dieser Entscheidungsmarken, achtet dann darauf, ob es Korrekturen nach unten gibt, dann weiter die Kaufrichtung bevorzugen, oder ob es scharfe Bewegungen nach unten gibt, die dann mit Korrekturen beantwortet werden. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen wie hier. Scharfe Bewegungen nach unten, Korrekturen ist immer dreiwellig oder mehrfach mit Überschneidung, dann ist die Chance, dass es eben in die andere Richtung noch weitergeht, relativ groß, behaltet das so im Hinterkopf. Also, richtig bärisch muss man im Moment überhaupt nicht sein. Wer sagt, ich weiß noch nicht, ich will da jetzt aber auch nicht rausgehen, der kann sich ja überlegen, ob er irgendeinen Nachziehstopp, hier irgendein Mechanismus sich ausdenkt, zum Beispiel irgendeinen Trendfolger wie Supertrend. Man könnte auch einen gleitenden Durchschnitt nehmen, ich finde aber Supertrend-Parabolik für sowas besser. Aber damit kann man sagen, solange es steigt, bleibe ich drin und wenn er wirklich dreht, ja, dann nehme ich halt Gewinne mit und freue mich über das, was ich bis dahin habe. Das wäre so eine Handlungsidee dazu. So, und der DAX? Naja, der DAX ist relativ fein unterwegs aktuell. Wir hatten gestern mal das hier als eine Option eingezeichnet und jetzt wird sich zeigen, wird diese Bewegung wirklich dreiwellig aussehen? Im Moment sieht es ja noch nicht so aus, weil der Markt so stark nach oben gekommen ist. Das könnte anders werden, wenn der Markt jetzt sowas macht, aber dann wäre mindestens das auch erst nochmal etwas Bullisches. Dann allerdings diese Marke als ein Entscheider für die Abwärtsseite. Im Moment sehe ich allerdings eher, dass der Markt recht zügig nach oben geht. Und deshalb, solange Abwärtsseiten korrektiv sind, bleibt es wohl eher auf der Long-Seite. Auch wenn dann eine größere Korrektur mal kommt, denkt immer dran, so in diesen mittleren Teilbereich hinein ist alles in Ordnung. Also insofern, zumindest aktuell ist nicht zu erkennen, dass die Marktteilnehmer in irgendeiner Form Angst haben und sehr zögerlich sind auf dem Weg nach oben. Sie haben eher die Ausrichtung für die Long-Seite. Wir wissen allerdings auch, wir haben es in den letzten Tagen mehrfach gesehen im Markt. Wir haben das mit den Banken gehabt. Wir haben eigentlich die letzten Wochen schon die vielen heftigen Bewegungen. Ich hatte vor dem Wochenende ja noch das Interview mit Dr. Jörg Rahn. Da haben wir drüber gesprochen. Und er sagt, auch von der Datenlage, es gibt im Moment einige Analysten, die total bullisch sind und sagen, super, es kann gar nicht in die Hose gehen. Und dann gibt es das andere Lager, die, ah, das ist alles, die Welt ist so schlecht und böse und die Zahlen, das ist alles und so weiter. Der Markt kann nur nach unten wegbrechen. Diese beiden Lager sind im Moment sehr eingefahren und kämpfen wirklich gegeneinander. Und es ist immer noch nicht klar, wer da obsiegt. Also insofern ist es sinnvoll, achtet so ein bisschen auf das Verlaufsverhalten der Marktteilnehmer. Aktuell sehe ich noch nicht wirklich Druck auf der Abwärtsseite. Allerdings muss man dazu sagen, das, was der DAX hier gemacht hat, nehmen wir mal an, wir würden hier nur so korrektiv hochgehen, dann wäre durchaus die Gefahr, dass wir dann im Nachgang nochmal eben eine stärkere Abwärtsbewegung bekommen und dann vielleicht tatsächlich die 13.800. Aktuell würde ich mich, naja, gedanklich jetzt nicht unvorbereitet da sehen, aber ihr müsst jetzt nicht maßgeblich sofort auf die Short-Seite wechseln. Wenn aber Abwärtsbewegungen scharf sind, Gaps ist die schärfste Form einer Abwärtsbewegung, aber auch sowas hier, und es korrektiv nach oben geht, oder Gap und korrektiv nach oben geht, oder das, und dreiwellig ist auch korrektiv nach oben geht, dann wisst ihr, naja, es ist offensichtlich noch nicht die Long-Seite, die da gilt. Und auch hier, das ist dreiwellig, und es geht erst nochmal weiter. Geht nicht davon aus, dass es kilometertief gehen muss, insbesondere wenn es nicht die erste Korrektur ist, aber geht erstmal davon aus, solange das der Fall ist, ist es nicht die Kaufseite. Und wenn es dann umdreht, dann wisst ihr, sieht das in etwa so aus. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr das Beste aus den Märkten rausholen könnt, und zumindest teilweise diese Bewegung noch mitnehmen, und nutzen könnt, und daran euch erfreut. Euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, und bis zum nächsten Beitrag.